aber egal sucht Uri treuer Herz auf der Dömer Kuppe in der Drachenöde auf gut der sitzt da unten so und wir müssen noch weitere Quests hier abgeben ich glaube die waren in den Kapufter oben drin da bin ich jetzt hier wieder falsch ich glaube ich bin hier schon wieder falsch die Sprengenung ach da ja ja jetzt ist es jetzt genau wir müssen nämlich Entsprennung können ich auch schon abgeben Kummer hier auf zu sehen hier ich auch so sucht den Fluchschleicher mehrere Quests alle annehmen die haben alles erst mit der Miene zu tun muss man glaube ich auch machen wenn man weiterkommen mit der Pforte des Zorns ich hoffe ich hatte es jetzt kein Müll aber ich glaube es war so zumindest habe ich es immer mitgemacht und ich glaube auch nur deswegen weil die Miene ist eigentlich nicht so gerade mein Lieblingsgebiet gewesen gut gut wir sollen wir sollen Necrolod Amorion töten machen Sie machen wir der Sack sitzt hier unten in der Luft drin hier sind natürlich jede Menge Untote Das ist ja von der Gruft gehört Was wäre eine gute Gruft ohne Untote Langweilig Okay Ich überlege Ach, wir sind Schurke Ach man Ich müsste mich eigentlich gar nicht mehr mit dem gemeinen Pöbel abgeben Ich könnte mich eigentlich durchschleichen Wenn ich möchte Du bist tot So Und das machen wir jetzt auch Dum 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 Ähm Ah ja, die Quas war ja unten Äh, verwirrt Das ist schon richtig Ähm, du liest mir doch bestimmt auf die Eier, oder? Nee, geht da nicht Moor Necrolotz Ich hab dich Verarscht So Wenn man dieses Buch hier nimmt Ähm Wird folgendes passieren Ach ja, hier ist übrigens Der Schatten von Telsan Den Dämmerbringer Äh, wenn man dieses Buch jetzt nimmt Wird folgendes passieren Weil man wird Des öfteren angegriffen Von Geistern Die tauchen einfach mal so auf Ich versuch das jetzt mal zu umgehen Also man hat jetzt quasi hier so ein Buch des Dämmerbringers auf sich Ich werd mal gucken, ob man das irgendwie umgehen kann Mit diesem Mit der Schattengestellte Brauch ich mich wenigstens jetzt nicht mit diesen ganzen Geistern rumplagen Ja, da werden sie nehmen Da sind sie grad gespawnt Und da kommen sie Zombies Hilfe Ihr seht mich nicht Verdammt, sie seht mich doch Egal, wir werden euch schnell das Buch abgeben Sie sind bei mir Die sind scheißfluglos Was hab ich euch? Und äh, wir kriegen wieder mal Crepe Ja, mit dem Crepe Da haben wir die Taschen nicht genug voll Müll Gut, dann Dann, 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 dann Und jetzt erst mal zu Dämmerkupe Ja, wir gehen erst mal zu Dämmerkupe Und guck mal, was uns dort erwartet Danach werden wir in die Minen einsteigen Wir werden gucken, was uns dort wieder erwartet Und dann, ja Sind wir natürlich alle ganz doll gespannt So, Dämmerkupe Die ist hier unten irgendwo Versteckt ihr euch? Wo seid ihr Hürsels? Eigentlich möchte ich hier nicht Hier gibt's verschiedene Quests, die mir eigentlich im Prinzip nichts bringen Ich guck mal, ob ich die mitmachen muss Oder ob ich die auslassen kann Fünf Düstergräser Die brauche ich Das weiß ich Okay, die muss ich machen Gut Dann suchen wir mal nach Düstergräser Düstergräser Wo seid ihr? Die, äh, versuchte Viechers Die Düstergräser sind, glaube ich, alle Genau, hier unten gewesen Ich hänge an einem Baum Und ich dachte gerade, man Ich hätte mich aufgehangen Ja Die Düstergräser sind alle hier In so'n Äh, Volverdorf Wo auch sonst Jetzt muss ich sie erstmal suchen Wie sagt ihr denn überhaupt aus? Düstergräser, 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 düstergräser Düstergräser, 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 da Gut Man, ich will nicht kämpfen Ich war doch ein friedliebender, schliebender, äh, Schurko Schurko, ja Ich muss auch nicht kämpfen, ich bin Schurko Die düstergräser sind wachsende, ganz zufällig, nur in diesem Dorf, ne? Das will man mal ganz kurz angemerkt haben Warum weiß kein Arsch, aber Sie wachsen halt nur in diesem Dorf Ich glaube, ich will so ein Teilgräser nachher noch einsteigen Düstergräser, düstergräser, da Da kommt sich das nächste Das wahrscheinlich mit Kampf enden wird Aber euch kann ich doch eigentlich hier wieder mal ein bisschen so Du schläfst Und gib mir dein Portemonnaie Ja, ja, Taschendiebstahl mal anders So, da haben wir das nächste düstergräser Plupp, fehlt nur noch eins Nice So, und an alle, die Warcraft 3 gespielt haben Wir werden nämlich gleich mal eine Szene aus Warcraft 3 miterleben Eine sehr wichtige Szene aus, äh, Arthas sein Leben Du musst es mich jetzt noch sehen War auf den Letzten Ich hätte hier einfach davon fliegen können Aber nein Du musst ja immer noch Mucken machen Und dann machst du bist auch ein Schamane und Blitzdienst nicht Das gäbe es ja auch nicht Okay, dann gehen wir erstmal unter düstergräser ab Boah, im Baum reinfliegen, wenn man gerade auf die Karte guckt, ist voll gut cool Aber Naja, ne So, und wir sind wieder an der Dämmerkuppe angekommen Ich glaube, hier gab es schon Gab es hier schon Erfahrung für Agentum? Ich bin ganz froh Bin mir noch nicht sicher Eigentlich ist es ja Agentum Kreuzzug Hm, ja Gab es Cool Orik-Treue jetzt aus der Dämmerkuppe in der Drachenöhle möchte Das ist ja auch nicht die Geschichte der vergessenen Arbeiter Vergessenen Scharfschützen, vergessenen Ritter und vergessenen Fußsoldaten Ja Warum vergessen? Ähm Diese Soldaten sind, ähm, wer sich in den Geschichtszeiten von Arthas erinnern kann Hat ja Arthas damals, ähm, als seine Truppen abrücken wollte, ähm, hier die, ähm, 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 die Schiffe verbrannt Damit seine Soldaten eben nicht flüchten konnten aus Nordend Und, ähm, ähm, das sind hier quasi die zurückgebliebenen Soldaten Achso, ich glaube, man muss jetzt erst killen und dann konnte man sie aktivieren Also, vergessenen Arbeiter Ähm, ja, das sind diese Ähm, ja, wie funktionierte das? Jetzt muss ich selber gleich mal gucken Jetzt bin ich, oh, fuck Ich will hier nicht 10.000 Viecher an mir haben Wie war denn das? Baut ein speziellen, achso, das ist ein Vollfeitschiff Ah, Gott Jetzt können wir reden Ich hätte euch ehrlich umbringen müssen, ne? Ja, ihr habt sowas in der Tasche, da solltet ihr vielleicht drauf reingucken So Vergessen, Arbeiter befragt Ja, das sind halt, wie gesagt, seine Leute, die, die hier damals zurückgelassen worden sind Ähm, von ihnen Die hier quasi verreckt sind Was brauchen wir noch? Verbindet den Dalaran Ähm, wo sind die Posten der Forscherliege? Reiner Fjord, ich werde jetzt erst mal ein bisschen was löschen, das ist ja Komm, auszuhalten So, auch vergessener Scharfschütze Scharfschütze, wie bist du? Wie ist das eigentlich? Auf ne höhere Nebensitzen, sag ich doch Ja, und äh, wie gesagt, das sind jetzt hier die vergessenen Soldaten Wo hat das, damit sich Schiffe abgefackelt haben, die dann alle, ähm, von, wie hießen ja Wie hieß es denn?